Hey Leute, willkommen im dritten Teil von Uncharted 3, hier... Genau, wir verfolgen nämlich gerade den Van durch diesen mysteriösen Tunnel, der hinter so einer Geheimwand versteckt war. Ja, mal gucken, wo das sich jetzt auffällt oder was uns hier begegnet. Genau, und das wäre jetzt auch mal eine Idee. Hm, der eine hat auch Platzangst, wenn wir jetzt hier durch den Kabelschacht kriechen. Ja, ja, ich bin nur nicht so gerne in engen Räumen, weißt du? Ja, beweg dich einfach. Oh, was für ein Glück. Danke, Frau Oberin. Wie dumm kann man denn los sein? Was war das? Sie sind hier! Ah, verdammt. Was sind hier noch welche? Na, ich behalte lieber erst mal die... Hier oben ist doch wieder einer. Okay, der Tunnel ist unter uns. Zumindest stimmt die Richtung noch. So, hier ist keiner mehr. Ich gucke lieber noch mal hier hinten nach dem Schatz. Nee, nix. Uh. Das ist ganz schön tief. Ja, hast doch kein Problem hier. Uh, uh. Ja. Ich habe gedacht, jetzt stürzt du noch ab. Oh, hier ist wirklich ein Schatz. Wütender Lö... Wütender Lö... Wütender Löwenring... Nee, armreif. Armreif. Ich weiß nicht, kann ich mich irgendwo verstecken? Ja, verdammt. Was ist das? Ach, verdammt. Er hätte besser laufen können. Hm, hat er recht. Da geht es nach oben. Mit ein paar Leiter. Ja, die scheint aber zu klemmen. Vielleicht kann ich sie lösen. Hm, ja, aber wie? Müssen wir jetzt hier hochklettern? Es gibt nichts. Ich weiß. Sehr gut. So. Hm. Ich glaube, da müssen wir hier lang. Komm ich hier rum? Nee. Ich würde sagen, wir sammeln hier erstmal den Schatz wieder ein. Perlen, Diamanten, Rubinen, Porsche. So. Dass sowas in der Kanalisation hier rumliegt, ey. Okay. Ich glaube, da müssen wir hier lang. Was ist mit dir, Cutter? Hilfe mal! Klar, hab dich! Achso, wir müssen erst warten. Okay, bereit? Jetzt. Ziehen. Okay, Charlie. Na los. So, kommt der andere noch hier hoch? Hm. Ach, da ist er ja schon. Da ist der Tunnel wieder. Es geht zu tief runter, da brechen wir uns die Knarren. Oh, oh. Wo geht's jetzt hier lang? Hier runter. Wo gehen wir jetzt? Schau wieder hin. Ich will erst mal kurz hier hinten gucken. Achso, hier geht's nicht lang. Okay. Ja, komm, mach Platz. Charlie, wer zum Teufel sind diese Leute? Weiß nicht, Mann. Aber wer auch immer die sind, sie sind nicht ganz dicht. Kapitel 5. London Underground. Sind wir jetzt in der U-Bahn, oder was? Viktorianisch oder vielleicht älter. Das ist halt ein Ostern seit einem Jahrhundert. Vielleicht können wir hier durch. Das kriegen wir nicht vom Fleck. Sicher nicht. Er wartet. Da oben ist ein Gegengewicht. Ist wohl verkeilt. Einer sollte hochklettern und es irgendwie lösen. Gute Idee. Wer wohnen. Mist. Klar, dass das wieder an uns hängen bleibt. So. Wir müssen da hoch. Okay. Oh. Vorbeigesprungen. Oh. Oh. Okay, fast geschafft. Das sollte klappen. Oh je, wenn wir da... Sehen uns auf der anderen Seite. Drunter wäre, da wird mir jetzt so matscht. Wo sind wir denn hier gelassen? Oh shit, runter. Oh shit, die schießen ja. Oh shit, die schießen ja. Oh, ich weiß nicht, ob wir hier runterkommen und dann die von hinten holen können. Hey, das mal los Auto. Okay. Ab hier, keine Waffen mehr. Oh. Ist klar. Dass die uns nicht sehen, ey, wundert mich. Oh. Okay. Haben wir das überlebt, den Sturz? Und wo ist denn die hin? Ah, dort hinten. Ich weiß nicht, ob ich hier die Waffe aufheben kann. Ne. Nein, shit. Hände hoch. Oh, Mann, wir sind wohl irgendwo falsch abgewogen. Ja, ist das King's Cross? Stehen bleiben. Hey, du verstehst das falsch. Wir sind aus Cleveland. Achso, ich kann ihn da jetzt von hinten packen hier. Oh, toll gemacht. Guter Junge. 53 hat mein Kollege gemacht hier. Ah, ich hab gerade am Anfang gedacht, dass die beiden die Gegner, äh, ein paar Gegner werden. So. Ich schätze, liegen hier keine. Verdammt, wo sind wir denn hier gelandet? Sowas hab ich noch nie gesehen. Ein Art Bahnhof oder sowas. Ja, ja, das Ding ist bestimmt 200 Jahre alt. Mann, immer wenn man glaubt, seltsamer wird's nicht. Hm, ist echt komisch. Wann, wo die hin sind mit dem Auto? Ja, oder die will jetzt hier irgendwas freischalten mit der, mit den Dingen, mit den, mit den Ringen. Das kann sein. Zurück. Erledige sie, leise. Gut gemacht, Jungs. Okay. Wir sind sicher hier durch. Und es wird seltsamer. Wow. Dieses Mauerwerk. Wahrscheinlich Tudor. 16. Jahrhundert. Okay. 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 Oh, hier ist eine ganze Schatzkammer, ey. Hey, hier drüben. Nein, 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 nein. Im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und Sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlempig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis wird enthüllt. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich habe ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Kata. Aha. Auf die Posten, Männer. Und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. Drücken sie L nach vorne und X, um über der Deckung zu springen. Oh, dort ist das Reh aus dem Buch, oder? Diese, äh, oben rechts, diese Statue. Was ich mich auch frage, habe ich das richtig verstanden? 400 Jahre ist die auf der Suche? Wie alt ist die da? Drücken sie auf den Vorsprung über einen Kreis, muss ich auf den Hals schlafen. Okay. Au. So, hat die das hier noch liegen gelassen? Wir haben aber ordentlich was am Laufen hier. Oh, wieso können wir das nicht nicht... Doch, hier. Seht euch den ganzen Kram an. Hey, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja. Ja. Was soll das? Mein Gott, weißt du, was das ist? Das ist ein Buch, da sind noch mehr, das ist deine Bibliothek. Nicht irgendein Buchklugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien. Ja, 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 ich weiß, wer das ist. Verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, sie. Sie? Die, wer immer diese Leute sind. Ach, komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding, darauf hast du 20 Jahre gewartet. Ja. Ja. Okay. Na, dann los. L. O. H. D. N. Huh. Was denn? Oh, es heißt... Long Hidden. Was? Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfahr war ein verdammtes Arschloch. Halt die Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Heind. Die Golden Heind. Drakes Schiff? Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Genau. Nämlich das Vieh, was wir vor uns schon gesehen haben. Warum glaubst du, dass sie hier ist? Sie muss hier sein. Was ist das hier? Da ist sie. Ich hab sie. Wo? Da oben. Die Valionsfigur von Drakes Schiff. Ah, wir kommen jetzt da hoch. Muss ich das runterschießen? Wir brauchen die Schalldämpfer. Ja, aber wie... Wie... Setze ich den Schalldämpfer auf? Oder ist der schon drauf? Ähm... Belohnungen? Nee. Oh, ich weiß jetzt nicht, was ich hier drücken soll, also... Ich drück anvisieren, das funktioniert nicht. Schießen geht auch nicht. Granaten werfen kann ich nicht und... Wir brauchen die Schalldämpfer. Wir brauchen die Schalldämpfer. Wir brauchen die Schalldämpfer. Wir brauchen die Schalldämpfer. Ja, und wo sind die? Wo sind die Schalldämpfer? Ja. Oh, Mann. Wo finden wir die? Hä? Hä? Kann ich da hoch? Nein. Schade. Ah, aber hier. Ja. 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 Ah shit, keine Munition mehr. Hä, was brauchen wir? Die Schalldämpfer? Warte. So, Scherz liegt hier keiner leider. Verstand. Oh shit, jawohl, ihr müsst einfach scharf schützen. Ach, da haben die auch noch Maschinengewehre. Ach, das ist Sally. Ach, das ist gar keiner. Oh. Oh, ist das? Oh, die ist ja schon weggefahren mit dem Auto. Nein, ich hab den einen doch schon angehitet. Oh, Kopfschuss-Experte. Okay. Oh nein, ich bin grad schon wieder am sterben. Oh, ich hab's nicht getroffen. Oh, ich hab's nicht getroffen. Oh nein, noch mehr. Oh nein, noch mehr. Oh nein, noch mehr. Oh nein, noch mehr. Mann. Oh mein, wie viele leben noch. Oh man, shit. Die hat mir ganz gut geklappt. Unsere Kollegen. Nicht so wie den letzten Teil, wo die kaum getroffen haben. Oder, ja, was heißt kaum? Die haben schon geholfen, aber nicht so gut. Den hat's ja gefeuert. Gesägte Schrotflinde. Das ist der Leiter. Los, Beeilung! Oh. Sully hat den erledigt. Sehr gut. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier keinen Schatz verpassen. Oh man, wo lang? Da, oder? Shit. Geh in Deckung. Verdammt, eigentlich wollte ich hinten noch nach Schätzen gucken, aber... Nee, hier liegt nix mehr. Ah, sehr gut. Die anderen, die schalten mir die Scharfschützen aus. Oh man, was ist noch mehr? Verdammt. Woah. Wow. Okay, die sind auch schon erledigt. Boah, noch einer. Verdammt. Okay. Okay, na gut, Leute, die Zeit ist auch schon wieder leider um. Ich würde sagen, wir erfahren in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, wir kriegen die dann irgendwie. Na, mal sehen. Alles klar dann, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.